Wenn eine Person normal schläft, zirkuliert die Luft frei durch die Atemwege. Wenn jedoch die Muskeln im Mund entspannen, wird der Luftweg blockiert. Diese Verengung führt zu Vibrationen, die das Schnarchen verursachen. Back to Sleep ist die erste Nasenorthese zur Bekämpfung von Schnarchen und Schlafapnoe. Dieses medizinische Gerät ist leicht einzuführen, leicht, bequem und diskret. Back to Sleep hält die oberen Atemwege offen und reduziert so Schnarchen und Schlafapnoe.